Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich eine Word-Datei kostenlos in ein PDF umwandeln kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuvor noch der Hinweis, hierfür benötigen wir keine spezielle Software, sondern können das Ganze in Word in wenigen Sekunden selber machen. Als Beispiel habe ich mal ein Dokument erstellt, wo hier oben ein Text ist und hier unten ein Bild drin. Um das Ganze als PDF jetzt abspeichern zu können, gehe ich hier oben links einmal auf Datei drauf, danach hier unten auf Exportieren. Dieser Reiter ist normalerweise immer automatisch ausgewählt und dann habe ich hier nochmal einen Button PDF-XPS-Dokument erstellen, wo ich jetzt einmal draufklicken kann. Nach kurzer Zeit öffnet sich automatisch unser Explorer hier. Hier können wir jetzt noch auswählen, wo wir das Ganze abspeichern möchten. Ich gehe bei mir mal auf Downloads drauf. Jetzt hätte ich auch noch die Möglichkeit, das Ganze irgendwie umzubenennen. Bei mir passt es aber auch, weswegen ich jetzt mein PDF-Dokument erstellen möchte, indem ich hier auf Veröffentlichen klicke. In meinem Fall dauert es jetzt einen kurzen Moment. Das Ganze wird automatisch schon erstellt und auch automatisch geöffnet. Und wir können sehen, dass ich hier jetzt ein PDF erstellt habe, wo auch mein Text und auch mein Bild schön mit drinnen sind. Auch wenn wir zu unserem Speicherort gehen, können wir sehen hier das Word-Dokument von gerade eben, was jetzt auch als PDF umgewandelt ist. Und somit sind wir auch schon fertig. Mich würde es auf jeden Fall noch interessieren, welches Dokument du umgewandelt hast und vor allem auch warum. Schreibe es mir gerne in die Kommentare unter dem Video. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.